Das aktuelle Wetter in Kurzform heute am 25. August 2024. Es ist 9 Uhr und 7 Minuten, wir haben 26 Grad. Keinen Wind, keine Wellen, ganz glatt das Wasser heute Morgen, keine Wellen hier. Wassertemperatur 23 Grad. Tiestwetter waren es heute 20 Grad. Und Höchstwetter werden 26 bis 28 Grad erwartet. Also das mit dem schlechten Wetter hat nicht hingehauen, jedenfalls nicht bis jetzt. Wir haben ja gesagt, ab Samstag, gut. Wir haben jetzt ein bisschen Regen gemeldet, wenn ich jetzt so in die Berge blicke. Kann das aber durchaus sein, dass es da ein bisschen regnet. 12 Uhr und 8 ist Niedrigwasser, wir haben jetzt ablaufendes Wasser. Um 18 Uhr 22 ist Hochwasser. Um 7 Uhr 36 war Sonnenaufgang und um 20 Uhr 29 ist Sonnenuntergang. Ja, und das komplette und ausführliche Wetter, das könnt ihr gleich anschließend sehen. Bis dann bei dir, dann bis sie zumjudmöchern. Deinig bacterien. Bis dann bis dann! Bis dann! Bis dann! Du, dasest istatost! Tschüss! Tschüss! Tod Gagi mit Behnung! Tschüss! Señora?